Was macht der Tod? Stirbt der Mensch ganz? Die Wissenschaft besagt, dass der Tod existiert. Aber das Leben gibt die gleiche Antwort. Du willst doch Geld von mir haben. Wieso, wie meinst du das? Ich hab für dich kein Geld und keinen Lebenssinn. Was läufst du hier herum mit gerafftem Kleid? Du kleine Hure! Und, wohin bringt dich das? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht! Was ist mit deiner Fantasie? Ich habe keine Fantasie. Dafür habe ich was Besseres. Ich habe einen Plan. Wir sind entdeckt. Wer? Das Mädchen hat zu mir gesagt, ich sei bei einer Ordnung. Sie sind also entdeckt, nicht ich? Ich bin der große Magna! Soll ich dich abmesen, ne? Der sehr große Magna! Ich bin Forst.